Blockbuster. Es gibt einen Ort, an dem alles anders ist. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ich bin im Hundehimmel gelandet. Einen Ort, der dir das zurückgeben kann. Wir sind Seelen verwandt. Ich werde sie finden. Was dir das Leben genommen hat. Cuba Gooding Jr. Was du willst, wird sein. Robin Williams. Hinter dem Horizont. Pfingstsonntag. 20.15 Uhr. ProSieben. Präsentiert in Dolby Digital. Blockbuster an Pfingsten. Er fühlt weder Mitleid, noch Reue, noch Furcht. Und er wird vor nichts Zeit machen. Lauf weg! Vom Titanic-Regisseur James Cameron. Zu den Tränen! Dieser Terminator ist der Nass. Lernlos gut. In seiner besten Rolle. Armand Schwarzbäger. Ich komme wieder. Der Terminator. Pfingstsonntag. 22.30 Uhr. ProSieben. Blockbuster an Pfingsten. Zur falschen Zeit. Am falschen Ort. Wasser. Ich weiß, bei wem die Leiche im Keller liegt. Romy hat mir gesagt, wo die Leiche versteckt ist. Der einzige Zeuge ist ein Kind. Der kleine Mistkerr weiß irgendwas. Jagd von der Polizei. Ich stecke mich ins Gefängnis! Wir wissen, dass der Junge ans Bell lüttet. Vom FBI. Also wollen Sie weiterpuckern oder machen den Geschäft. Und von den Killern der Mafia. Wenn ich die Wahrheit sage, werde ich umgelegt. Susan Sarandon und Tommy Lee Jones in einem eiskalten Thriller nach dem Bestseller von John Grisham. Der Klient. Pfingstmontag. 20.15 Uhr. ProSieben. Präsentiert in Dolby Digital. Pfingsten auf Pau 7 wird gefährlich. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Bruce Willis. Das ist kein Kinderspiel. Last Boy Scout. Ihr beiden Blindgänger wollt richtig Action sehen? Jean-Claude Van Damme. Fantastisch! Geballte Ladung. Du kannst nicht einfach jemandem ins Gesicht schlagen. Du musst vorher was Cooles sagen, verstehst du? Ja, so etwas wie im Ich komme wieder. Ich komme wieder. Arnold Schwarzenegger kommt. Terminator. Action vom Feinsten. Die Spätfilme. Pfingsten. ProSieben. Heute kommt ProSieben.